der bn8 jesse steht zur verfügung ungefähr 24 monate hat die entwicklung von der bn8 codenamen jesse gedauert die linux-distribution wird für die nächsten fünf jahre mit security updates und anderen sicherheitsrelevanten patches versorgt als standard-init system bringt jesse systemd mit sich auch ubuntu ist seit der kürzlich erschienenen version 1504 auf systemd umgestiegen das klassische innit system wird in der bn8 aber weiterhin zur verfügung stehen mit der bn7 haben die entwickler unterstützung für uefi eingeführt diese wurde in der bn8 signifikant überarbeitet unter anderem wurden firmware fehler adressiert es gibt uefi unterstützung auf 32 bit system weiterhin werden 64 bit kerneln mit 32 bit uefi firmware unterstützt letzteres ist allerdings nur auf dem multi arch installationsmedien vorhanden wie üblich bei einem großen versionsprung wurden auch jede menge software pakete aktualisiert insgesamt gibt es 43.000 andere software pakete die man via repositories einfach installieren kann diese sind aus sogar 20.000 quell paketen erstellt worden böse zungen behaupten immer dass debian bereits bei erscheinen veraltet ist sieht man sich die liste der software pakete an möchte man möglicherweise teilweise sogar zustimmen debian gilt aber auch als sehr stabil und somit ist die konservative haltung zu rechtfertigen denn dieser zweig ist nun debian stable wer es aktueller mark hat ja genügend alternativen die projektmitglieder debians haben die unterstützungsdienste verbessert unter sources.debian.net kann man den gesamten quellcode durchstöbern der im debian enthalten ist um das finden etwas angenehmer zu machen gibt es nun auch eine debian codesuche unter code search.debian.net ein komplett neu geschriebenes paketverfolgungssystem ergänzt die beiden services auf der seite tracker.debian.org debian 8 unterstützt insgesamt zehn architekturen unter anderem i386 amd 64 amd 64 und so weiter wer debian einfach mal für eine probefahrt testen möchte kann ein sogenanntes live abbild benutzen diese sind als cd dvd oder netboot vorhanden Am Anfang werden allerdings nur die Architekturen AMD 64 und i386 unterstützt. Mithilfe der Live-Image kann man Debian 8 auch installieren. Weitere Informationen dazu gibt es auch auf der Debian Live Homepage. Wer direkt installieren möchte, kann dies neben CD und DVD auch mittels Netzwerk und Blu-ray erledigen. Während der Installation kann man sich für eine von mehreren Desktop-Umgebungen entscheiden. Zur Wahl stehen Gnome, KDE, XFCE und LXDE. Es ist auch möglich ein bootfähiges USB-Medium zu erzeugen. Wie das funktioniert, steht in der Installationsanleitung. Fertige OpenStack-Abbilder für den Einsatz in der Cloud gibt es ebenfalls. Laut eigenen Angaben sollte es mittels der Paketverwaltung APT-GET bei den meisten Systemen möglich sein, ein direktes Upgrade von Debian 7 auf Debian 8 durchzuführen. Die Entwickler empfehlen allerdings, sich die Veröffentlichungshinweise und die Installationsanleitung genau durchzulesen. Die Veröffentlichungshinweise wird man in den nächsten Wochen überarbeiten und in weitere Sprachen übersetzen. Es ist zwar nicht ausdrücklich erwähnt und gehört sowieso zum guten Ton, aber ein Backup vor einem Upgrade ist nie verkehrt. Debian dient für viele andere Distributionen als Basis. Das kürzlich erschienene Linux Mint Debian Edition basiert zum Beispiel auf Debian 8. Vor wenigen Tagen ist Debian 8 Jesse erschienen. Eine erste Punktversion von Debian 8, also Debian 8.1, soll es in ungefähr einem Monat geben. So ist zumindest der Plan. Es steht auch schon der Codename für Debian 9 fest. Der Tradition nach wird das Linux Betriebssystem immer nach einem Charakter aus dem Film Toy Story benannt. Stretch stammt aus Toy Story 3 und ist ein violetter Tintenfisch oder Oktopus. ca Stelle 3 und ist ein 이거. Und hier wird das findet sich schon ganz schlimm. Das هو hochhoof.